Nachdenkseiten. Die kritische Website. Und sachlich darüber berichten. In unseren Medien gab es wieder mal die übliche Tendenzberichterstattung. Ein schlagendes Beispiel. Die Tagesschau berichtete unter anderem in einem im Schrifttext verlinkten Stück. Da wird behauptet, der Besuch des UN-Generalsekretärs beim BRICS-Gipfel sei umstritten. Außerdem wird behauptet, UN-Chef Guterres kritisiere Putin. Wenn man sich das Stück anschaut, dann stellt man fest, dass diese Aussagen einfach nicht stimmen. Ansonsten wird alles an Aggressionen in den kurzen Filmen gepackt. Man merkt der Berichterstattung an, dass es diesen speichelleckenden westlichen Medien grundsätzlich nicht passt, dass sich Staaten des Südens und des Ostens in einer eigenen, vom Westen unabhängigen Formation zusammenfinden. Die NATO und die USA und wir anderen Staaten im Westen sind aber nicht alleine auf der Welt. Das zu beherzigen, täte unseren Medien gut. Weil der Gipfel in Kasan ein wichtiges Ereignis war, folgen noch einige Hinweise und Links zu anderen Berichten. Nicht ganz so schlimm wie die Tagesschau von gestern, wenn auch mit überheblichen Zwischentönen, war ein Bericht des WDR bei WDR aktuell mit dem Titel BRICS-Gipfel in Russland – das musst du über das Treffen wissen. Recht informativ, wenn auch mit Schlagseite, findet sich ein Beitrag vom ZDF heute live mit dem Titel BRICS-Gipfel – Wie mächtig ist das Bündnis gegen den Westen? Und eine Art Kontrastprogramm zum Ganzen, wie zu erwarten, fand sich bei der Weltwoche. Der Beitrag hieß Köppel in Kasan – Russland-Kenner Thomas Fassbender über Putin, BRICS, den Westen und die Weltunordnung. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.